So, Roland Pichl, ich bin gerade hier und wollte Friedrich sagen, dass ich da bin. Jetzt habe ich nichts gleich gesehen, aber jetzt habe ich ihn gefunden. Er ist da hinten, hinter dem kleinen Teich da. Man wartet schon. Das ist ein großes Preußen, ist allerdings sehr aufgeklärt inzwischen, und zwar darüber, dass es nicht mehr so groß ist. Das ist nicht mehr dann eine andere Aufklärung.